Ich höre immer wieder die Meinung oder die Vorstellung, mit einem Teil meines Geldes, da will ich richtig Geld verdienen, da will ich hohe Renditen erzielen, da zocke ich, da gehe ich hohe Risiken ein. Und wenn es schief geht, dann tut es mir nicht weh. Dann kann ich diesen Verlust verschmerzen. Und mit dem anderen Teil meines Geldes, den lege ich solide an. Da habe ich eine andere Meinung, da habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Für mich ist Vermögensaufbau keine Frage des Glücks oder des Zufalls. Für mich ist Vermögensaufbau eine Frage der Planung, der Strategie und der Umsetzung dieser Strategie über Jahre hinweg. So bin ich finanziell unabhängig geworden, auf dem sicheren, auf dem soliden Weg. Ich habe kein Geld zu verlieren. Für mich muss jeder Euro solide Renditen erzielen. Natürlich kann es sein, dass man mit hochriskanten Strategien mal Glück hat und wirklich enorm hohe Renditen erzielt. Aber, dass das auf Dauer gut geht, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mir fehlt dann später dieses verlorene Geld beim Glücksspiel, das ich da verloren habe. Das fehlt mir später für den soliden Vermögensaufbau. Deshalb meine Erfahrung, Hände weg vom Zocken und lieber solide planen, eine solide Strategie verfolgen und den sicheren Weg gehen. Denn es geht ja schließlich um Ihr Geld und um Ihre finanzielle Zukunft. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen. Denn so erreichen wir mehr Menschen, die wir von soliden Vermögensaufbau überzeugen können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, dann verpassen Sie zukünftig kein Video.